Zur Zeit kann man im Steam drei kostenlose DLCs bekommen zu dem Spiel Shadow Warrior 2, das sind drei Skins und ich zeige euch mal den Trick, mit dem ihr die bekommt. Ihr seht noch hier in meiner Bibliothek, dass ich noch keine DLCs da stehen habe. Ihr öffnet dann einfach mit der Windows-Taste und R, dieses Ausführungsprogramm hier und kopiert folgenden Code da rein. Das ist einer von den drei Codes und drückt dann einfach auf OK und dann müsst ihr hier ein Fenster aufploppen. Genau das hier, das könnt ihr einfach wegklicken. So, ihr könnt dann sehen, dass hier der neue DLC dazugekommen ist und das Ganze wiederholt ihr dann einfach noch. Dann gebt ihr noch einmal diesen Code hier ein. Seht ihr, wieder der nächste. Und dann tut ihr noch den letzten Code eingeben. Das ist dieser hier. Schauen, ob ihr die drei DLCs hier kostenlos habt. Ich werde euch natürlich noch einmal die Codes und die Gnome-Beschreibung auch in die Infobox packen. Und ich werde jetzt noch einmal zeigen, wie die Skins aussehen. Wenn ihr dann im Spiel drin seid, könnt ihr natürlich dann unter Optionen und den Mehrspieler-Modus gehen. Und dann habt ihr dann die ganzen verschiedenen Skins. Natürlich hier die Standard-Skins, die ich hatte. Und dann hier der Alienware-Skin. Quake-Con. Der sieht natürlich am geilsten aus. Und der natürlich für die Frauen. Wenn man eine Frau spielt. Aber ich zeige euch dann noch, wie das an dem anderen Spieler aussieht, wenn der direkt vor euch steht. Wie das dann aussieht. Und so sieht der Skin dann aus, wenn das bei einem dran ist. Das ist der Alienware-Skin. So, das ist der zweite Skin. Der von Quake-Con. Mit dem roten Face. So, und der dritte und letzte Skin. Den sieht man am besten, Alter. Der ist voll am Leuchten. Der von Pax. Am Leuchten? Ja, du leuchtest voll. Die anderen waren nicht so gut sichtbar. Ist das Schwert hinten nur zuzierte, oder hast du ein Schwert drinne im Inventar? Also eine Auswahl. Ein Schwert habe ich im Inventar drin, ja. Weil du direkt so eins hinter dir hängst, in deinem Kopf. Aber kann nur einfach nur Ziele sein, glaube ich.